Wie wichtig ist für dich als privater Immobilieninvestor die Sondertilgungsoption in Kreditverträgen? Mein Name ist Alexander Luhn, ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage. Das heißt, wenn du Unternehmer und oder privater Immobilieninvestor bist, dann helfen mein Team und ich dir dabei, die passenden Bankfinanzierungen für deine Immobilienprojekte zu akquirieren. Wie wichtig ist für dich als privater Immobilieninvestor die Sondertilgungsoption in Kreditverträgen? Vorangestellt bei 70 bis 80 Prozent der Banken ist die Sondertilgungsoption, also die Möglichkeit, größere Teil- und Einmalzahlung zur Rückführung des Darlehens einzusetzen, standardmäßig in den Kreditverträgen, inbegriffen in der Regel in Höhe von 5 Prozent des Darlehensbetrags. Bei den anderen 20 bis 30 Prozent der Banken, die verlangen dann für das explizite Einräumen dieser Option einen Zinsaufschlag, üblicherweise zwischen 0,1 und 0,2 Prozent oder auch andere Banken für eine Erhöhung der Sondertilgungsoption auf 10 Prozent oder teilweise in unbegrenzter Höhe, verlangen die dann natürlich entsprechend auch adäquate Zinsaufschläge. Jetzt könnte man, wenn man die Banken ins Unrecht setzen will, sagen, es ist einfach eine griffige Marketinghook, ihren Kunden mehr Zinsen in Rechnung zu stellen dafür, dass sie ihre Darlehen schnell zurückbezahlen dürfen. Allerdings ist da das Bankenbilanzierungsrecht und deren Gesichtspunkte schon etwas komplexer, spielen aber für den Durchschnitt, für dich als normalen Kreditnehmer auch nicht die große Rolle. Die Sondertilgungsoption, wenn sie dir standardmäßig mit angeboten wird, dann nimm sie. Der Verzicht darauf wirkt sich meistens auf Konditionen und Gestaltung auch nicht positiv aus, weil es einfach zumindest im Bereich bis einer Million Euro Darlehenssumme einfach ein Standardkreditvertrag ist, in dem individuelle Darlehensmanufaktur auch unüblich ist. Die erhöhte Sondertilgungsoption ist gemäß meiner Beobachtung und auch meiner Berufserfahrung, gerade wenn sie aufpreispflichtig und kostenpflichtig beim Zins ist, nur dann sinnvoll und notwendig, wenn du wirklich weißt, du wirst zu bestimmten Zeitpunkten bestimmte Geldzuflüsse haben, die du dann wirklich für die Rückführung des Darlehens einsetzen möchtest und wo es auch wirklich sinnvoll ist. Das könnten Dinge sein, du weißt, dass dir irgendwann eine Lebensversicherung ausgezahlt wird, du weißt, dass du von deinem Arbeitgeber eine Abfindung erhalten wirst, dass dir eine Betriebsrente ausgezahlt wird. Wenn wirklich offenkundig ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt steht ein bestimmter Betrag zur Verfügung, den du dafür verwenden kannst und willst. Oder, aber das ist eine etwas andere Spielart, wenn du tatsächlich noch nicht weißt, ob du ein Objekt langfristig im Bestand halten willst oder es nach Objektentwicklung verkaufen möchtest. Das hat natürlich, wenn du das jetzt ganze privat machst, verschiedene steuerliche Gesichtspunkte, die man berücksichtigen sollte. In der Kapitalgesellschaft ist es schon eher denkbar und üblich. Das ist dann eigentlich die Festzinsschreibung mit unbegrenzter Sondertilgungsoption eigentlich vergleichbar eher mit einem variablen Darlehen, welches einen Zinscap hat. Das ist eine Darlehensgestaltung, die man halt als Immobilienhändler machen kann. Allerdings jetzt im normalen Bestandshalter- und Vermögensaufbaugeschäft nicht ganz so wichtig oder maßgebend die Denkweise, die mir manchmal Kunden offerieren und im Rahmen des Beratungsgespräches nahelegen. Ja, ich will die Sondertilgungsoption haben, weil wenn ich dann mal Geld übrig habe, kann ich ja etwas hineintun. Da ist natürlich A, ist dann aber eher so im Bereich der Eigenheimfinanzierung mal der Fall, dass Leute diese Idee haben, bei Immobilieninvestoren, die liquiditätsmäßig sowieso meistens knapp bei Kasse sind. Vielleicht kennst du das selber. Ist es dann ja eher so, dass zur Verfügung stehendes, unplanmäßig oder angespartes Eigenkapital eher eingesetzt wird für weitere Zukäufe, für Objektaufwertung, dass du dein vielleicht sogar versteuertes Geld, was du dann hast, einsetzt für Sondertilgung. Kannst ja auch, sag ich mal, du dir die Frage nach Sinnhaftigkeit beantworten. Ich selber beschäftige mich mit dem Bereich Immobilienfinanzierung jetzt seit zwölf Jahren und in diesen zwölf Jahren habe ich es exakt einmal erlebt, dass wirklich ein Immobilieninvestor aus seinem laufenden Cashflow Rücklagen gebildet hat und dann jährlich seine Sondertilgungsoption genutzt hat. Wer weiß, allerdings generell jemand, der auch sehr, sehr konservativ ist, im Bereich der Vermögensanlage entstammt eine alten Hamburger Kaufmannsfamilie. Ansonsten habe ich noch nie erlebt, dass die gegebenenfalls aufpreispflichtige Sondertilgungsoption in der Praxis wirklich genutzt wurde. Wenn du dieses Video hilfreich fandest und du Unterstützung bei deiner nächsten Immobilienfinanzierung möchtest, dann schreib mir gerne eine kurze WhatsApp-Nachricht an die 0176 84 888 310.